Drei Tage Indien, drei Tage Neu-Denis, die gehen jetzt zu Ende. Diese Reisen, diese Regierungskonsultationen, die vielen Gespräche, die Konferenzen, die werden immer intensiv vorbereitet. Es gibt Vereinbarungen, die verhandelt werden und die haben sich auch wirklich ausgezahlt, weil wir in vielen Bereichen, vor allem im Bereich grünen Wasserstoff, nochmal enorm vorangekommen sind. Trotzdem glaube ich, dass diese Konferenzen nicht darin aufgehen, dass man die formalen Vereinbarungen schließt. Das ist immer das, was im Mittelpunkt steht, aber vielleicht ist das, was nicht der Mittelpunkt ist, das viel entscheidendere. Gelingt es, eine Atmosphäre zu schaffen, entsteht ein Vertrauen, entsteht vielleicht auch ein Raum der Kreativität und kann man daraus was machen? Denn das ist ja der eigentliche Grund, warum Menschen reisen, nicht um das sich vorzulesen, was schon in Deutschland oder in Indien geschrieben wurde und dann zu nicken und zu sagen, ach ja, das war ein interessanter Text, sondern zu gucken, ob irgendwas passiert. Und das ist hier in diesen drei Tagen in reichhaltigster Form passiert. Zwischen den Regierungsmitgliedern, jedenfalls mit meinem Kollegen, bin ich zwei Tage lang hier durch die Gegend gezogen und dann lernt man sich nochmal ganz anders kennen und redet auch anders über die Probleme, in diesem Fall ein Freihandelsabkommen. Und die Gespräche mit den Unternehmensleitungen, sowohl den deutschen Unternehmen, die hier in Delhi sind, wie auch mit den indischen Unternehmerinnen und Unternehmer, die nach Deutschland schauen. Die Startup-Szene war voll da. Junge Leute, die vor allem im Bereich von künstlicher Intelligenz eigene Softwareprogramme häufig im Sicherheitsbereich aufgelegt haben und unsere Unternehmen, die genau zugehört haben, welche Technik hier verfügbar ist. Und dann ganz viele kleine Momente. Heute Morgen eine Diskussionsrunde bei Studierenden, wo wirklich Zukunftslust da war, wo richtig Spielfreude an gesellschaftlichem Aufbruch da war. Die Freude der Einlaufmädchen bei dem Hockeyspiel, das ich besuchen durfte und die volle Entschlossenheit, selber Nationalspielerin zu werden. Oder der Besuch bei dem Ort, wo Mahatma Gandhi erschossen wurde und wo diese vibrierende Lauterstadt plötzlich zur Stille gekommen ist. Insofern war es eine Reise, die das, was sie erfüllen sollte, mehr als erfüllt hat. Geschäftskontakte herstellen, Unternehmen zusammenbringen, Handelsbeziehungen nochmal neu nach vorne bringen und vielleicht auch endlich mal lösen die politischen Konflikte, die sich darum ranken. Die aber darüber hinaus mir ein volles Hausaufgabenbuch mitgegeben hat. Hausaufgaben, Ideen, Projekte, die aus den Gesprächen mit den Menschen heraus erwachsen sind. Das war's für heute.